Wir wollen uns heute mit einer ganz neuen und besonderen Messtechnik befassen und schauen, zu welchen Ergebnissen man auf diese Art und Weise kommen kann und was das für Informationen dann letztendlich auch für unsere Arbeit bedeutet. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Lieber Norbert, es geht um die BESA-Messung. Was ist das Besondere daran und was kann uns diese Messtechnik für Informationen liefern? Kannst du dazu ein bisschen was sagen, bitte? Natürlich. Ich selbst bin natürlich nur Kunde von BESA. Für mich war das Problem, dass ich zehn Jahre lang meine Technologie und meine Produkte nur durch sogenannte Kinesologie-Muskeltests nachweisen konnte, was ich seit 40 Jahren mache. Aber natürlich, manche Leute lehnen das ab und es ist nicht wissenschaftlich genug und so weiter und so weiter. Und ich wusste immer, ich muss was Wissenschaftliches haben, sonst komme ich da nicht weiter. Ich wollte nicht, dass die Leute mir glauben müssen, weil circa 99 Prozent aller Produkte im Markt, die angeboten werden, in dieser Richtung, zum Beispiel Schutz vor lenker magnetischen Strahlung und so weiter. Nach meinen Testungen haben alle nicht funktioniert, 99 Prozent. Und ich wollte nicht, dass die Leute mir glauben müssen. Und ich wollte nicht, dass die Leute Opfer werden von Versprechungen. Das ging gegen meine Arbeitsethik. Ja. So, dass ich eines Tages, als ich bei Norbert Brackenwagen in der Schweiz auf Sendung war, und er sagte, Mensch, du machst ja ganz tolle Sachen. Er sagte, ja, mein Problem ist, ich kann nur Kinesologisch nachweisen. Er sagte, nein, da gibt es eine Firma in Österreich, die sich darauf spezialisiert, das wissenschaftlich zu testen. Dann habe ich gesagt, nichts wie her damit. Und habe mich dann gleich an die gewendet, habe denen alle meine Produkte geschickt. Die waren dann total überrascht und überflutet, weil es so circa 20 Produkte sind. Und die sagten, ja, Mensch, du willst ja nicht alle Produkte testen. Sag ich, doch. Woll ich testen, ich will das Geld investieren. Ich möchte, dass meine Kunden wissenschaftlich bestätigt bekommen, es funktioniert genauso, wie ich sage. Und wenn es nicht funktioniert, dann sag mir bitte, was nicht funktioniert. So, was sie also machen, ist ganz einfach, in Anführungsstrichen. Du musst, ob diese Sachen funktionieren, das in einem biologischen Objekt nachweisen. Nicht in einem Labor, technischer Art, sondern in einem biologischen Objekt. Beispiel, du steckst deine Finger in die Steckdose und dein biologisches Objekt, dein Körper wird reagieren, sehr stark. Ja, zweifelsohne. Wir können Strom nicht sehen, aber wir können nachweisen, dass er existent ist. Ja, und das so wirkt. Ja. Glühbirnen oder Menschen oder was immer, wo sich dann die Reaktion zeigt. Und das Weser-Institut, basierend auf chinesischer Akupunktur-Technologie und sogenannten Akupunktur-Messungen, die auch schon bekannt sind von anderen Firmen, das ist nichts Neues, dieser Teil, Sie können also an den Nadel-Falzpunkten der Hände, der Finger und der Zehen, auch mehr Punkten können Sie es auch machen, können Sie also die gesamten Organe im Körper testen, inwieweit diese Organe voll funktionieren oder reduziert funktionieren oder schlecht funktionieren. Das können Sie nachmessen. Und da sitzt man da und die machen das und man sieht auf dem Bildschirm dann die Reaktionen eines jeden Organs, was sie testen. Und das Ganze wird dann ausgedruckt als Papier und als Folie und auf Computerbasis, sodass man das digital speichern kann. Jetzt kannst du sehen, wo haben meine Körperdefizite und wo nicht. Und das ist eine völlig neue Technologie im Prinzip. So wie Sie es machen, ist es vollkommen neu. Das hat mich dann überwältigt. Also das hat mich dann sehrermaßen überzeugt. Als ich das gesehen habe, dann wusste ich, es funktioniert. Es sind keine Versprechungen. Man kann es direkt nachvollziehen. Vor allen Dingen, der Faktor Mensch ist ausgeschlossen, dass der Mensch es beeinflussen kann auf irgendeine Weise. Das geht so weit, die Technologie, dass wenn jemand einen falschen Punkt misst, dass das Gerät in den Rückkopplern ein Warnsignal gibt, Achtung, du liegst falsch. Und das war natürlich fantastisch. Ja gut, dann haben wir alle meine Produkte durchgetestet. Sie haben alle zertifiziert, weil ich gesagt habe, wenn was nicht funktioniert, will ich wissen, was nicht funktioniert. Dann werde ich nachbäckern. Ja, und dann haben sie es getestet und alle Produkte sind durchgegangen und wurden zertifiziert. Und ich habe dann mehr als insgesamt 1.800 Seiten von Tests, die man alle auf meiner Webseite nachlesen kann. Und keinen einzigen Fall, wo irgendein Ausfall oder irgendein negatives Ergebnis das Resultat war, sondern alle Tests sind so ausgefallen, wie du dir das vorgestellt hast. Wie ich es gehofft habe. Wie du es gehofft hast, genau. Wie ich es geglaubt habe. Aber ich hatte ja selbst, außer meiner Idee und meinem Wissen und meiner Anwendung, hatte ich ja keine Idee, das nachzuweisen. Und an dem Zusammenhang sollte man vielleicht mal das Wort Technologie kurz analysieren. Weil wir benutzen alle Technologie, Technologie, Technologie. Und das, was ich in Wörterbüchern gefunden hatte, hatte mich nicht befriedigt, was Technologie ist. Dann habe ich meine eigene Definition gemacht. Technologie ist das zu jeder Zeit voraussagbare Ergebnis von einem Service, einem Vorgang oder einem Produkt. Und das ist beliebig wiederholbar. Also Beispiel voraussehbare Ergebnisse, voraussagbare Ergebnisse. Ich nehme einen Schalter vom Lichtschalter und wenn ich den jetzt umkippe, dann geht das Licht aus. Ja, oder an, je nachdem. Und dann sagt jeder, ja, das ist ja einfach. Nein, das ist nicht einfach, das ist Technologie. Ich kann voraussagen, was passieren wird. Und das kann jeder machen. Schwarz, weiß, grün in Amerika, in Deutschland spielt keine Rolle. Das heißt, Technologie ist ein voraussagbares Ergebnis von einem Service oder einem Vorgang oder einem Produkt. Und da gibt es halt Raten und da gibt es kein vielleicht bei Sonne, Mond und Sterne. Also es muss immer so funktionieren, sonst ist es keine Technologie. Ja, und das funktioniert auch immer so. Das funktioniert auch immer so. Und wie gesagt, insgesamt sind das 1800 Seiten. Das sind alle auf meiner Webseite. Niemand muss mir glauben. Ich wollte da rauskommen, dass jemand mir glauben muss. Wenn ich Seminare gehalten habe die ganzen Jahre, konnte ich das an den Leuten am Körper demonstrieren. Aber ich bin natürlich überall am Körper. Und wenn Menschen, also muss eine Technologie her, die das nachweist. Und BESA ist der einzige Art. Ja, hervorragend. Es geht ja so weit, dass BESA, also auch Menschen testet, neben dem, dass sie Produkte testen. Ich weiß ja nicht, wer ein Verkäufer hat. Aber es ist Wahnsinn, was ich gesehen habe. Also du nimmst jemanden, der hat zum Beispiel ein Herzklappern, Rasenproblem und der Arzt gibt ihm ein Medikament. Dann können sie in ihren Schaltkreis dieses Medikament einbringen, ohne dass der Patient es nehmen muss. Und können sofort innerhalb Minuten feststellen, dieses Medikament hat welche positive oder negative Auswirkungen auf welche Organe und Abläufe. Und zwar ohne, dass der Patient das Medikament zu sich genommen hat. Ja. Das ist ja total genial. Ja, das Ganze geht auf Quantenphysik. Meine Produkte laufen auf Quantenphysik. Das heißt, du kannst jetzt 15, 15, was auch immer, Produkte ausprobieren. Du sagst ja gut, dieses Produkt ist gut für dein Herz, aber es schädigt deine Leber. Dieses Produkt ist nicht gut für dein Herz, aber ist auch nicht gut für das und das und das. Das heißt, sie bringen das Produkt in den Schaltkreis rein und sofort gibt es eine Reaktion des Körpers aufgrund von Frequenzen. Denn die ganze Welt ist ja nur Frequenzen aufgebaut. Ja. Das ist ja auch einfach wichtig, nochmal zu unterstreichen. Es ist eine Reaktion aufgrund von Frequenzen und ohne, dass der Proband das entsprechende Produkt jemals zu sich genommen hat. Richtig. Das ist ja total genial. Richtig. Aber jetzt mal prinzipiell, die Welt ist nur auf zwei Typen von Frequenzen aufgebaut. Es gibt Billionen von Frequenzen. Und dein Körper, jede Zelle hat ihre eigene Frequenz. Aber es gibt nur zwei Typen von Frequenzen. Entweder überlebensförderlich und überlebensfeindlich. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Nur die. Nur die. Früher habe ich sehr viel als Zeitjob, habe ich Leute getestet auf Lebensmittelunverträglichkeit. Die müssen die Lebensmittel nicht nehmen. Das reicht, wenn ich dir einen Körper heranführe. Der Körper registriert oder das Geistwesen registriert die Frequenz und erkennt sofort, schau, nein, lass es sein. Genial, total genial. Ja. So sieht so ein Zertifikat aus, wenn wir uns mal anschauen wollen. Dieses Zertifikat hier, was wir jetzt hier sehen, ist das, was ich am Ende des Tests bekomme. Der Testablauf kann 10, 20, 50 Seiten sein, die man dann nachlesen kann. Aber so sieht ein Zertifikat dann aus. Wo liegt denn heute, das sind ja völlig neue Möglichkeiten, die du hier angesprochen hast, ist das jetzt auch der neue Schwerpunkt deiner Arbeit? Kann man das so sagen? Absolut, absolut. Ich hatte ja früher mit einem Chinesen aus Hongkong zusammenarbeit, kann mich vielleicht nicht daran erinnern. Ich habe dann vor fünf Jahren meine eigene Firma in Deutschland gegründet. Die ganze Technologie und die Produkte sind alle in Deutschland hergestellt. Und ich mache heute Dinge, die ich selbst vor zwei, drei Jahren nicht möglich verhalten habe. Genau, genau. Also da sind völlig neue Seiten aufgeschlagen worden von dir. Und das ist eine extrem spannende und damit auch viel stabilere von den Erkenntnissen her Geschichte geworden, als das noch vor zwei, drei Jahren der Fall gewesen ist. Absolut, absolut. Als wir uns seinerzeit zum ersten Mal trafen, das ja auch schon ein paar Jahre her ist, da war ich sozusagen zu Beginn, wenn ich heute zurückschaue, war das ein sehr naiver Beginn. Nicht, dass sie schlecht waren, auch wenn ich heute sehe, die Entwicklung, die ich das gemacht habe, und die Technologie, dann, das kennst du ja von dir, man schaut zurück in sein Leben, oder wenn du mal früher eine Sendung gemacht hast vor 20 Jahren, die guckst du heute an und sagst, ach, da hätte ich auch besser sagen können. Das hätte ich auch anders machen können. Ja, 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 ja. Normale Entwicklung. Und diese Entwicklung hat dann maßgeblich in drei Bereichen fundiert. Diese Technologie in Quantenphysik wende ich an bei Wasser, bei Gesundheitsschutz und bei elektromagnetischen Strahlung. Das sind meine drei Hauptbereiche, in denen ich das anwende, was das ganze Leben eigentlich ist. Wie muss man sich das vorstellen, wenn du das bei Wasser anwendest zum Beispiel, was heißt das konkret? Ja, ich kann dir mal hier ein Beispiel geben, dann wird das für den Zuschauer etwas eingehender. Hier ist eine Aufnahme, ich weiß nicht, ob du mal über Dr. Masuro Emoto berichtet hast in deinen Sendungen. Ich habe den mal angesprochen, ja, ja, klar. Also, ich habe von ihm also sehr viel Technologie übernommen, ganz klar. Hier ist eine Aufnahme von einem gesunden Wasser auf der linken Seite mit der sogenannten hexagonalen Struktur. Und auf der rechten Seite siehst du, nachdem du ein Mobiltelefon benutzt hast, wie diese Wasserstruktur zerstört wird. Und mir war also klar, dass ich die Wasserstruktur nochmal auf dieser subatomaren Niveau verbessern muss. Und dann bin ich hingegangen und habe, dieser Masuro Emoto hat noch zwei, der ist ja schon tot, zwei, drei Labore auf der Welt, die nach seiner Technologie arbeiten. Und hier siehst du einen solchen Test von einem Labor mit meiner Technologie. Auf der linken Seite siehst du das Stadtwasser. Es ist vollkommen kaputt. Man sagt dazu, es ist nichts mehr da. Und auf der rechten Seite das gleiche Wasser, nachdem ich meine Technologie angewendet habe. Ich habe also wiederum das Wasser rehabilitiert und die hexagonale Struktur eingebracht. Was dann fein geklastert ist, sagt man auch dazu. Und die entscheidend ist, für die Zellen einzudringen und zu hydrieren. Also so sieht das zum Beispiel aus, wenn ich das anwende auf Wasser. Und das ist auch von der Durchführung her überhaupt gar kein Problem, ohne mit dem Probanden selbst wirklich in Verbindung treten zu müssen. Das ist ja das extrem Spannende bei deiner Technologie. Also mit dem Beispiel von Wasser, da gehen die Labore hin von Masuramoto, nehmen das Wasser, frieren es ein, fotografieren die Wasserkristalle vorher, nehmen meine Technologie, wenden sie an, fotografieren es nochmal, die Wasserkristalle und sehen dann, hat meine Technologie wiederum das Wasser rehabilitiert. So dass es das ursprüngliche Wasser ist, was wir auf diesem Planeten 50 Millionen Jahre getrunken haben und nicht was vor 200 Jahren systematisch angefangen wurde kaputt zu machen. Kaputt zu machen, ganz genau. Wenn es denn zu Menschen kommt und zu Produkten beispielsweise, ich habe ein Produkt entwickelt, was alle negativen Frequenzen in Essen und in Getränken nullt, harmonisiert, da gab es einen BESA-Test von über 300 Seiten. 300 Seiten mit Lebensmitteltest vorher und nachher auf den Menschen, welche Konsequenzen die haben. Und ich erinnere mich an einen Test, also viele waren von einer italienischen Pasta-Nudelmarke, wo du da natürlich sagst, unschuldig, was soll das schon sein? Und dann siehst du den Test mit der Nudelmarke auf den Menschen, wie negativ auf seine Organe dieses Produkt denn auswirkt. Immer personenbezogen. Kannst du was zu der Funktionsweise der Technologie sagen? Einfach, wie funktioniert das ganz genau und warum tut es das? Meine Arbeit basiert auf den Erfindungen und den Erleuchtungen von vielen anderen Menschen vor mir. Das ist nicht alles auf meinen Mist gewachsen. Ich weiß nicht, ob du mal was von Royal Reif gehört hast, Reifmaschinen. Nein. Das war der erste Mensch auf der Welt, ein Amerikaner, der entdeckt hat, dass Krankheiten Frequenz haben. Und damals Krebsgehalt hat und dann wurde dann sein Leben zerstört und seine Firma Royal Reif oder Masuro Emoto. Ja. Oder natürlich Max Planck, ist ganz klar. Und dann gibt es einen deutschen Physiker, der im Prinzip nicht bekannt ist. Ja. Der heißt Burkhard Heim. Burkhard Heim, genau. Burkhard Heim ist einer der fähigsten Menschen, die jemals gelebt haben. Wenn man mal sein Leben studiert, es ist verrückt. Dieser Mann, da müssen wir eine eigene Sendung drüber machen, das kann man gar nicht nachvollziehen. Mit 20, 21 Jahren ist er blind geworden und hat bei einer Explosion, beim Versuch, hat damals für die Nazis gearbeitet. Als 17-Jähriger wurden beide Hände abgerissen und was weiß ich was. Und hat weitergemacht. Gut. So, dieser Burkhard Heim, und auf den beziehe ich mich in meiner Arbeit sehr, hat entdeckt, dass alles auf dieser Welt einen Bezugsraum hat, Energie, Masse und einen, was er nennt, einen Hyperraum. Eine informative Ebene, also Frequenz. Als Beispiel, man hat gesagt, in der Schulklasse, jemand hat Geld geklaut und hat uns zehn Jungs in der Reihe aufgestellt. Und der Lehrer fragte jeden, hast du geklaut, du geklaut, du geklaut, du geklaut. Jedes Mal nein, ne? Nein. Dann kam er zu mir und ich lief rot an. Ich darf dir versichern, ich habe das Geld nicht geklaut, das ist auch kein Problem, das zu sagen. Und ich lief rot an und das hat er als Beweis genommen, dass ich es war. Als Schuldeingeständnis. Exakt. So, was jetzt funktioniert nach Burkhard Heim, mein Hyperraum, du könntest jetzt Geistwesen dazu sagen, spirituelles Bewusstsein, spielt keine Rolle, was du überhaupt so vereinsetzt. In meinem Hyperraum kam der Gedanke, ach du Scheiße, der denkt jetzt, ich habe es geklaut. Und dieser Hyperraum hat dann die sogenannten Verbindungskanäle, wie Burkhard Heim das beschreibt, mit dem Körper Kontakt aufgenommen und ergibt eine Reaktion im Körper. Und diese Reaktion im Körper dann ist der sogenannte Bezugsraum, die Energie, die Materie. Und die beiden sind total trennbar und in meiner Technologie arbeite ich mit dem Hyperraum. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Mobiltelefon unschädlich mache, dann nehme ich die Frequenzen im Mobiltelefon-Netz, die negativ für den Menschen sind, die nulle ich, sodass sie keinen Ausmuchs mehr haben auf den Menschen selbst, auf den Körper, aber du noch das Mobiltelefon weiter benutzen kannst. Eigentlich ist ja schade, dass man dieses Wissen nicht von Anfang an bei Handys oder so etwas einsetzt. Denn dann hätte man eine Menge Probleme sich ersparen können. Natürlich, natürlich. Als ich damit rauskam und die ersten Versuche gemacht wurden, sagte jeder, jetzt wirst du steinreich. Jetzt macht denn Apple das sofort in ein Mobiltelefon rein. Ich habe gesagt, die werden den Teufel tun und zugestehen, dass sie die Menschen kaputt machen. Ich könnte heute mit Technologie, ich könnte in jeden Übertragungsturm der Welt meine Technologie reingeben und alle Mobiltelefone wären harmlos. Und alle Reife. Müssen wir aber eine separate Sendung machen, wenn es sich interessiert, weil das führt jetzt total weit. Ist ein extrem spannendes Thema und sollte man wirklich nochmal aufgreifen. Also insofern behalte ich das mal im Hinterkopf, was du da jetzt gerade gesagt hast. Aber das ist extrem spannend, dass man das auch ganz anders hätte organisieren können. Natürlich. Und ich bin ja der Meinung, dass man nicht alles auf unserem Planeten, was man tun kann, auch tun muss. Und das kann auch tun und sollte. Ja, richtig. Da gibt es eine Ethik, die kommt. Hat das einen potenziellen Schaden vielleicht? Und wenn ja, muss ich die Technologie so lange bearbeiten, dass sie keinen Schaden mehr hat. Oder sie nicht rausbringen. Richtig, richtig. Und das ist ein Anspruch von mir an die Wirtschaft, an die Politik. Aber wie du besser weißt noch als ich, es geht um Geld und Macht und Kontrolle und nicht um Ethik. Ja. Da sind wir weit drüber weg. Das sind wir weit von entfernt, ganz genau. Und dann habe ich einmal in meinem Grundsatz geprägt, den ich immer wieder bei meinen Workshop-Seminaren, Vorträgen bringe, mein berühmter Grabstein, dass der Mensch ausgestorben ist, weil er glaubte, die Gesetze der Natur gelten nicht für ihn. Ja, ja. Wir glauben, wir können es über alles hinwegsetzen, was Natur ist. Es hat keine Folge, keinen Preis. So habe ich mich auch mit den Bienen beschäftigt, mit den Bienensterben und herausgefunden, woran es liegt. Und gesagt, okay, wir müssen kompensieren für das, was wir den Bienen antun. Hm, richtig. Aber genau, separat. Wieder eine separate Sendung. Wir sammeln. Sehr, sehr gut. Ja gut, so bin ich also die Sache angegangen. Und im Endeffekt geht es darum, alles, was schädlich ist, hat negative Frequenzen. Und wo es geht, gilt es, diese negative Frequenzen zu nullen, zu harmonisieren, dass sie keinen Auswirkungen mehr haben. Keine Auswirkungen mehr haben. Und das mache ich. Und das habe ich jetzt mit Wasser gemacht und das habe ich mit elektromagnetischen Strahlung gemacht und mit Lebensmitteln. Und mit elektromagnetischen Strahlungen gibt es zwei Bereiche halt. Einmal das Mobiltelefon, was wir alle benutzen. Und selbst wenn du es nicht hast, ich habe manchmal Leute, die mich anrufen und sagen, ja, ich habe kein Mobiltelefon. Ja, aber du hast doch Wi-Fi. Ja, das habe ich. Oder nein, ich habe auch keinen Wi-Fi. Was ist mit dem Wi-Fi deiner Nachbarn? Das schadet doch überall rein. Ja. Und zunehmend diese Smart Meter mit dem Strom ablesen und so weiter. Also, wir können die Sache nicht mehr stoppen. Elektromagnetische Felder sind überall. Genau. Wenn die Leute mich heute anrufen, laufend, welches Messgerät soll ich mir denn kaufen, um das festzustellen, was da bei mir passiert. Und sage, ich spare dein Geld. Vor 10, 15 Jahren habe ich Messgeräte gehabt und benutzt. Und heute kannst du es vergessen. Es spielt keine Rolle mehr. Ja, du hast sie überall. Du musst nicht nachmessen, wo ist mehr oder weniger. Es gibt keine Robinsonade, es gibt kein Weglaufen mehr. Ja, richtig. Also, ich kriege jeden Tag zwischen 50 E-Mails und Anrufe. Und viele davon beschäftigen sich mit der Frage, wo kann ich auswandern, damit ich diesem ganzen Mist entrinnen kann. Ja, ja. Und ich sage den Leuten immer wieder das Gleiche. Es gibt kein Weglaufen, es gibt keine Robinsonade mehr. Du hast es überall. Mal hier mit Verzögerungen von vier, acht Wochen und einem halben Jahr und das war es dann. Und wir können nicht alle auf der Straßenkaffeebar in Sansibar sitzen, ganz Deutschland, und warten, dass die Geschichte vorbeigeht. Sie geht nicht vorbei. Du kannst elektromagnetische Strahlung nicht stoppen. Und das Interessante ist ja, dass diese 5G-Technologie, über die wir alle sprechen, nicht neu ist. Die 5G-Technologie gibt es seit den 60er Jahren in den Armeen. Und dieser recht bekannte englische Whistleblower, der honorige Dr. Barry Trower, sagt ganz klar, dass sie sogar im Krieg im Nordirland gegen die Katholiken 6G eingesetzt haben, um Leute zu töten. Er sagt das ganz offen. Und es gibt auf meiner Webseite ein Buch, ich verkaufe keine Bücher, aber ich gebe immer Hinweise für gute Bücher, die ich gefunden habe, eines kanadischen Whistleblowers, allerdings leider nur in Englisch, der runterreißt die Geschichte von elektromagnetischen Strahlungen. Also sowas von Zusammenstellung von Informationen habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Und der also aufräumt mit seinem Leben, seiner Vergangenheit, seiner Arbeit und was da tatsächlich passiert ist, hinter den Kulissen zwischen den Armeen und zwischen den honorigen Führern unserer Gesellschaften, der Politikern. Also wir können nicht mehr weglaufen. Das Problem ist, du musst dir als eines der Problematiken bewusst sein, damit du zumindest im Bewusstsein sagst, was kann ich generell tun, um zumindest ruhige, besondere Opportunität zu bringen. Und was kann ich tun, um mein direktes Leben zu schützen und das meiner Familie und meiner Kinder. Und die Kinder sind am schlechtesten dran von allen und schwangeren Frauen. Was kann ich tun? Und das war meine Zielsetzung. Ich habe die ganze Firma ja angefangen, nicht weil ich eine Firma machen wollte, sondern ich selbst wurde krank durch elektromagnetische Strahlen und Mobiltelefon. Es gab also nichts. Und ich wurde sehr krank und mein Enkelsohn wurde sehr krank. Und ich stellte dann fest, dass das direkt mit elektromagnetischen Strahlen und Mobiltelefonen zu tun hatte. Und das war 2008. Also schon viele Jahre her. Ja. Und als ich dann merkte, da gibt es nichts, was funktioniert, habe ich dann angefangen nachzudenken und zu suchen. Und ich hatte damals an meinen schlesischen Geschäftspartner gebeten, lass uns das Thema machen, da muss was passieren. Und zwei Jahre lang hat er abgelehnt und dann habe ich gesagt, okay, fein, wenn du das ablehnst, dann mache ich es halt selbst. Er hat es abgelehnt, damit zu arbeiten, weil ich gesagt habe, das ist wichtig. Na gut, damals war ich also, bin ich für verrückt gehalten worden, bin ich heute immer noch, aber ich weiß nicht, wie es gelaufen ist. Ja, ja. Und verrückt bist du nicht. Ja, ja, ja. Das war die Frage, die Definition. Vielleicht, wenn du einverstanden bist, zeigen wir den Leuten, wie denn so ein Test bei BESA aussieht im Endeffekt. Sehr gerne. Ja, ja, ja. Hier haben wir eine Schablone von einem BESA-Test, vorher und nachher. Hier fängt man mit vorher an. Das heißt, hier wurden jetzt gemessen bei demjenigen Lunge, Haut, Dickdarm, Bindegewebe, Magen, Lymphe, Allergie und so weiter und so weiter. Und wie gesagt, diese Test sind auf meiner Webseite und alles, was jetzt in blau ist, ist degenerativ, also krankhaft. Ja. Okay? So. Und diese Person war also 4G, 5G ausgesetzt in ihrer Wohnung. Und dann haben sie in der Wohnung getestet und hier ist die zweite Seite, Gallenblase, Herz, endokrinisches System, Kreislauf, Dünndarm, Leber und so weiter. Das heißt, nach diesen Kriterien haben sie diese Person getestet und alles war Mist, alles war degenerativ, war angeschlagen. Angegriffen, ja. Daraufhin sind sie hingegangen und haben dann ein Produkt von mir in den Wohnraum gebracht, um vor elektromagnetischen Strahlung zu schützen. Mhm. Danach haben sie eine neue Messung gemacht und alles, was bisher in blau war, ist jetzt in grün, heißt also überlebensfreundlich gesund. Also innerhalb kurzer Zeit hat sich der gesamte Körper den Schutz von elektromagnetischen Strahlung umgestellt. Ja. Hier sieht man Lunge, Haut und Pankreas und so weiter, sieht man jetzt alles auf der ersten und auf der zweiten Folie, Blase, Niere, Dünndarm, Leber. Alle Werte waren jetzt grün. Mhm. Alle Werte waren grün, das heißt also die Person war jetzt geschützt vor elektromagnetischen Strahlung. Und dann sind sie hingegangen, um das zu perfektionieren und haben gesagt, okay, gut, was passiert denn jetzt, wenn wir jetzt dieses Gerät aus der Wohnung rausnehmen und weit entfernt ablegen? Dann haben sie nochmal gemessen und siehe da, nach zwei Stunden waren alle die Werte, die vorher jetzt grün und okay waren, waren wieder blau und schlecht. Sieht man die beiden Folien und dann nochmal hier eine Folie mit dem Vergleich als Beispiel vorher, nachher. Ja, das heißt es muss am Menschen oder nicht am Menschen, aber im konkreten und im direkten Umfeld des Menschen eine solche Information existieren und dann ist es gut. Und in dem Moment, wo du weiter weg rückst, weiter weg gehst, wird es wieder schlecht. Ja, das hängt damit zusammen, dass jedes meiner Produkte hat einen sogenannten Abdeckungsbereich. Also Beispiel, hier ist das größte Teil, was ich habe, diese Scheibe hier lege ich in der Wohnung ab und die deckt einen Bereich von 50 Meter im Radius. Und das auch als Sphäre, als Globus, nach oben und nach unten, als zweite, dritte Etage und so weiter und so weiter. Das lege ich irgendwo ab in der Wohnung und 50 Meter Radius ist eine ganze Menge Holz für eine Wohnung. Das stimmt, das stimmt. Ich habe das extra so gemacht, weil ich gehe davon aus, dass manchmal auch jemand eine Terrasse hat oder einen Garten oder einen Spielplatz und so weiter, einen Grillplatz, dass die mit abgedeckt sind. Das ist dann für 50 Meter Radius. Dann habe ich dann eine kleinere Version gemacht, bei der jemand sagt, Leute können zu mir sagen, das ist zu viel, ich habe nur eine kleine Wohnung. Dann sage ich, okay, gut, dann mache ich es etwas einfacher und billiger und dieses Teil hier dann hat dann ein Abdeckungsradius von 10 Meter. Ja, okay. Also Durchmesser 20 Meter. Ja. Und dann sagten Leute, ja gut, aber ich brauche jetzt was. Mir war es dann klar, das reicht ja nicht aus, wenn du dich zu Hause schützt. Du musst ja das Haus. Du musst etwas am Körper haben, letztendlich. Ja, und dann habe ich die kleinere Version gemacht, die dann fünf Meter abdeckt. Und jetzt kamen wiederum Leute und sagen, die ist immer noch zu schwer und so weiter und so weiter. Und dann habe ich dann diese Version gemacht, die ich jetzt trage, die deckt ein Meter ab. Weil ein Meter für dich selbst als Radius reicht ja aus. Also wenn ich jetzt das Haus verlasse, ich kann ja ins Kino gehen, ins Krankenhaus gehen, ich kann ja hingehen, wo ich will. Du hast ja überall diese Strahlung. Und ein Freund von mir in der Schweiz, der Roger, wir waren in der Schweiz in einem Seminar, da sind wir hingegangen und da gibt es eine Software, die heißt FING, F-I-N-G. Die kann man sich auch als App runterladen und die zeigt dir dann, wo du jetzt stehst. Ja. Wie viele WLAN-Verbindungen laufen jetzt durch meinen Körper durch. Wahrscheinlich ist das dann ein echtes Erschrecken, wenn man das dann sieht. Und das entschrecken Sie ist, Roger ist also ein Kämpfer ohne Gnade. Roger hat das also getestet im Krankenhaus. Da gab es, wie viel denkst du? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Haufen, ne? 1.200 Verbindungen. 1.200 im Krankenhaus. Ja. Also da, wo du eigentlich gesund werden solltest, wirst du dann in besonderer Weise krank. Natürlich. Das Ergebnis war so schlecht, dass er sagte, da habe ich mich vermessen. Das kann nicht sein. Ging noch ein zweites Krankenhaus. War genau das gleiche. Und wenn du dran denkst, wie viel WLAN die haben zur Kommunikation innerhalb des Krankenhauses. Die ganzen Patienten, die ihre Tablets mitbringen und was weiß ich alles. So, und deshalb habe ich gesagt, okay, wir müssen jetzt was machen, wenn du das Haus verlässt. Du gehst zu Starbucks, du gehst in ein Restaurant, du gehst zur Toilette, du gehst ins Kino. Es spielt ja keine Rolle, wo du hingehst. Tankstelle, in einem Park. Überall hast du WLAN. Überall. Ja. Also brauchst du etwas wie ein Mechanischer, wie ein Fort, wie eine Ritterrüstung, mit der du durch die Welt läufst. Es tut mir leid, aber anders geht es eben nicht. Ja. Und die Leute sagen, ja, ich habe keine Lust, sowas zu tragen. Dann sage ich, okay, fein. Lass sein. Ja, ja, ja. Es geht doch niemandem in den Krieg ohne einen Stahlhelm. Wenn du keine Lust hast, Stahlhelm zu tragen, fein. Ist okay. Dein Risiko. Ja. Aber wir müssen uns also physikalisch schützen, während wir versuchen, mental, politisch, ob da noch irgendwas zu bewegen ist. Und die Regierungen haben ja diese Frequenzen verkauft. Ja, ja, klar. Sie haben diese Frequenzen verkauft. Das ist alles kein Zufall, ja. Eines Tages kam ich über eine komische Geschichte. Auf einer Webseite hier in Amerika. Und auf dieser Webseite kann man dann sehen, wie viele Übertragungstürme und Antennen es gibt im Umfeld von drei Meilen. Hier habe ich eine Landkarte, die das wiedererkennt. Also im Umkreis von fünf Kilometer um meine Firma in Amerika gibt es 154 Türme. 154 Türme und 366 Antennen. Und Umfeld heißt, was genau? Also einfach von der Dimension her, das ist ja dann wirklich relativ dicht dran. Okay, ja. Innerhalb von fünf Kilometern. Ja, ja. Und 154 Türme. Das heißt, du kannst keine 10, 100 Meter laufen, ohne irgendwas reinzulaufen. Und teilen das eigentlich Antennen. Und diese Zahl nimmt jährlich zu. Okay, das ist kein Stillstand. Und das, warum man mir bedeutet, in meinen Workshops den Leuten klarzumachen, auch wenn ihr das nicht sieht. Und das ist das Problem. Du kannst ja elektromagnetische Strahlung nicht sehen. Du kannst sie nicht riechen. Du kannst sie nicht schmecken. Und damit heißt, es ist ungefährlich. Und wir wissen, wenn wir heute zu Röntgenaufnahmen im Krankenhaus gehen, was die alle für Schutzräume und Schutzkleidung tragen, um nicht erwischt zu werden von Röntgenstrahlen. Aber der, der geröntgt wird, kann das ja nicht empfinden. Der kann es nicht sehen. Also wir erleben dann ein bisschen Naivität, dass alles, was gefährlich ist, man schmecken, riechen oder sehen kann. Das ist leider nicht der Fall. Das ist nicht der Fall, ganz genau. Da kommt man dann auch nicht einfach aus der Problematik raus, sondern man steckt so tief und so dick mit drin, dass man es dann entweder ertragen muss oder eben dann doch irgendeinen Weg finden, sollte oder empfinden muss, wie man hier mit der Problematik klarkommt. Das Problem ist, dass wir, wir leben in einer Akkumulation. Es ist nur einmalig der Fall, in einem Moment, und dann ist es vorbei. Es ist eine Permanenz. Eine Permanenz überall, in deinem Haus, in deinem Wohnung, in deinem Schlafzimmer, in deinem Arbeitsplatz, wenn du reist, es spielt keine Rolle mehr. Es ist überall und es akkumuliert sich ja laufend. Und es baut sich auf. Und heute stirbt jeder dritte Mensch an Krebs. Als ich Kind und Jugendlicher war, kannte ich niemanden, der an Krebs starb. Warum stirbt heute jeder dritte an Krebs? Für mich ist der, gibt es jetzt drei, vier Hauptgründe dafür. Einer der Hauptgründe sind elektromagnetische Strahlung. Das ist für mich keine Frage. Der Körper kann das nicht wegdrücken. Das ist unmöglich. Wir wissen, dass elektromagnetische Strahlung das Knochenmark zerstören. Wir haben ja eben das Bild gesehen, dass sie das Wasser zerstören. Nicht nur das Wasser, was in deinem Topf, in deiner Flasche ist, sondern auch, was in deinem Körper ist. Wir wissen das. Das ist bekannt. Natürlich nicht in der ZDF-Tage-Schau, Nachtschau, da reden sie nicht drüber. Aber es ist bei Insidern langst bekannt. Hier habe ich mal zusammengestellt eine Übersicht von diesen Geräten da, die ich eben gezeigt habe. Hier ist es für diese vier Geräte und mit dem jeweiligen Abdeckungsradius. Die machen alle das Gleiche. Übrigens nullen sie nicht nur elektromagnetische Strahlung, sondern auch, wenn du mit dem Flugzeug fliegst, die Strahlung. Ich bin immer hingegangen vor Jahren. Ich wollte es also wissen. Wir haben eine natürliche Strahlung auf dieser Welt. Und dann bin ich hingegangen ins Flugzeug und habe einen Geigerzähler mitgenommen. Heute würde man mich vermutlich mit dem Maschinengewehr aus dem Flugzeug heraus begleiten. Ich habe damals einen Geigerzähler mitgenommen und habe also die Radioaktivität im Flugzeug gemessen, die also ca. 30 Mal höher ist auf dem Boden. Und nach Berufsgruppen unterteilt sind die Flugzeugkapitäne so ziemlich die Nummer 1 an Krebsfällen nach Berufsgruppen. Und das Flugpersonal haben enorme Probleme. Ich habe mir dann mal gestattet, die Vereinigung Cockpit anzuschreiben, die Vereinigung der... Piloten, ja. Aber sie haben noch nicht mal geantwortet. Weil ich gesagt habe, ich habe eine Lösung, die ich euch gerne zeigen würde, kostenlos. Schaut euch das an. Das ist ein Riesenproblem. Kein Interesse, kein Interesse, ne? Kein Interesse. Ja, ja, ja. Das ist schon krass, dass man ein solches Angebot bekommt und das Ergebnis oder die Reaktion darauf einfach nur Null Interesse ist. Obwohl es so eine krasse Herausforderung darstellt, dass man an sich da begierig drauf sein müsste, wenn man eine solche Information bekommt und die dann auch anwenden kann. die kostenlos angeboten will. Ja, ja. Ich zeige es euch, wie es geht. Ein ähnlicher Fall war, du hättest, als VW dieses Dieselskandal hatte. Mhm. Ja. Und die ganzen Fahrzeuge umrüsten musste, bla, 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 bla. Habe ich den Vorstand von VW angeschrieben, habe gesagt, hier, ich habe eine Lösung, die circa 300 Euro kostet, die vermutlich das Problem beseitigen würde. Ja. Ich biete euch das gerne an zu testen. Kam eine Antwort, ja, wir haben eine eigene technische Abteilung, wir kommen damit zurecht. Mhm. Dann haben sie, was weiß ich wie viel, zig Millionen gezahlt, um das in Ordnung zu bringen. Also es gibt einen Punkt, wo die Leute einfach, du kannst ihnen nicht mehr helfen. Ja, ja, ja. Das ist dann Ignoranz und Desinteresse in der Kombination. Ja, und ich denke, dass auch viele Leute aufgegeben haben, gegen die Windmühlen zu kämpfen. Denen ist der Schneider abgekauft worden, zu oft enttäuscht worden. Es ist jetzt immer wieder bei Leuten, die krank sind mit Ärzten. Die waren schon bei so vielen Ärzten, dass sie keinem mehr vertrauen und denken, es gibt keine Lösung. Also, ist leider so. Ja. Aber gut. Okay. Deswegen tun ich ja weiter. Ja, genau. Wenn wir jetzt mal einen Blick nach vorne in die Zukunft werfen, es hat sich ja, wie du uns gezeigt und dargestellt hast, extrem viel in den letzten Jahren geändert und verbessert. Und es gab Dinge, von denen du vor fünf Jahren noch nicht geglaubt hast, dass du damit jemals in irgendeiner Weise, ja, agieren würdest oder würdest agieren können. Jetzt sind wir hier ein Stückchen weiter und jetzt ist die Frage, was man noch erwarten kann, was in der Zukunft sich verändert. Es hat ja zu deiner Überraschung sich viel getan, aber wie kann es weitergehen? Ach, also... Ein schweres Thema. Es sind halt zwei Seelen in meiner Brust. Die eine Seele sagt, es ist zu spät, wir kommen da nicht mehr weiter mit Vernunft, wir kommen nie weiter. Appellieren an Politiker und an Industrie, ethisch zu sein, kann man fast vergessen. Das kann man fast vergessen, ja. Gut. Und die Aussichten sind trübe. Wir haben jetzt, wenn wir von lenkenmöglichen Strahlung sprechen, arbeiten wir auf der Basis von 5G, was noch nicht total da ist, aber es immer mehr kommt. 4G ist total da, 5G übernimmt. 5G ist ja bisher noch nicht aufgedreht worden an dem Volumenregler, ja. Wenn Sie es ganz aufdrehen, geht es ab bis zu 70 Gigahertz. 70 Gigahertz, man muss sich mal das vorstellen, das ist sehr schwer, ein Gigahertz ist in einer Sekunde eine Million Frequenzen. In einer Sekunde ein Gigahertz. Ein Gigahertz, ja. So, die können also aufdrehen bis 70 Gigahertz. Und dann käme 6G danach, wo Sie schon dran arbeiten. Meine Meinung ist, dass mit 5G, und das ist die andere Seele in meiner Brust, sind wir bereits am Ende der Fahnenstange von Vernunft und von Leben und von Überleben. Der Planet, wie wir ihn kennen, wie wir ihn gelebt haben über die letzten 50 Jahre, 60 Jahre, wird es so nicht mehr geben. Ich sehe also ganz schwarz für meine Kinder und Enkelkinder, es wird es so nicht mehr geben, das Leben, wie wir es kennen. Denn diese Frequenzen machen nicht nur den Menschen, sondern die Natur, von Bienen und so weiter, Insekten angefangen, bis zu Wasserstrukturen, kaputt. Kaputt. Es macht alles kaputt. Besser kann man es nicht sagen. Ehrlicher kann man es nicht sagen. Das ist meine persönliche Meinung. So 1 bis 70 Gigahertz. Jetzt in meiner Technologie bin ich hingegangen und habe gesagt, okay Leute, ich weiß, ihr seid des Teufels. Das ist satanistische Arbeit. Das hat nichts mehr mit Ästhetik zu tun und Ethik zu tun. Das kann nur von bösen, bösen Absichten kommen. So, wenn jetzt 5G bis 70 Gigahertz geht und morgen kommt 6G raus bis 100 Gigahertz als Beispiel. Meine Technologie ist so getimt, dass wenn du jetzt dieses Teil von mir gekauft hast und das schützt für 5G, wenn 6G morgen kommt, innerhalb von drei Tagen, kann ich alle Produkte, die es auf der Welt gibt von mir, die bisher 5G waren, kann ich auch 6G hochprogrammieren. Hochprogrammieren, genau. Ohne, dass die Leute das Teil neu kaufen müssen oder wieder eintauschen müssen. Also wäre eine Lösung. Ja, das war für mich die einzige Lösung. Ja. So, die Lösung heißt, ich kann die Frequenz von 0,0001 Hertz bis 160 Gigahertz kann ich physikalisch abdecken, indem ich alle diese negativen Frequenzen mit ihren negativen Auswirkungen nullen kann. Müsst du eine andere Sendung darüber machen, was nullen ist. Was heißt nullen? Okay, dass sie keinen Einfluss mehr auf sich haben. Und das ist, wie gesagt, Bokardheim, die Technologie, habe ich von ihm übernommen, keine Frage. Diese Erkenntnisse, die der Mann entwickelt hat, die von Großrechnern bestätigt worden sind. So, also gehe ich hin und sage, egal wie böse die mit uns spielen, ich stelle sicher, dass ich, meine Familie, meine Kinder und alle die Kunden, die es haben möchten, für recht wenig Geld mit einer 10-Jahres-Garantie, können sie sagen, diese Strahlungen können mir nichts mehr anhaben. Das ist doch an sich die wirklich gute Botschaft, mit der wir auch eine total spannende und interessante Sendung positiv beenden können und beschließen können. und in diesem Sinne ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für deine Ausführung, sage ich jetzt wie immer, Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal bei Michael Vogt TV. Alles klar. Vielen Dank.